Oh mein Gott, herzlich willkommen zu diesem oberkrasse neuen Video. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt 20 Abonnenten. Das ist jetzt der Abo-Special. Ja, das ist Lucy und ich habe leider mein VIP verloren, warum auch immer. Also ich bezahle es immer noch. Das steht da zwar nicht, ich kann es euch auch zeigen, aber ich bezahle das immer noch. Naja, vielleicht irgendein Bug. Naja. Oh mein Gott, wir haben jetzt zu den 20 Abonnenten geschafft. Bei 30 Abonnenten gibt es einen richtigen coolen Abo-Special. Ich habe den eigentlich schon gedreht, aber noch nicht hochgeladen. Aber jetzt steht da, nein, den kannst du nicht mal verwenden, weil er so alt schon ist. Ähm, ja, auf jeden Fall reiten wir jetzt mal schön hier rum. Achso, ich wollte ja, ähm, mit euch, mit, ähm, Elli wollte ich, ja, das kann ich auch nicht machen. Ja, das steht ja VIP, aber ich habe das. Ja, ähm, okay, wir machen jetzt erstmal easy mit, ähm, ich will euch was zeigen, weil Elli, die kann richtig gut. Jetzt müssen wir nur warten, bis jemand rennen mit uns machen will. Warte, ich glaube, ich weiß, wo es dran liegt. So. Du, die Lucy kommt mal wieder in den Stall. So, Leute, ähm, was ich euch auch noch nicht erzählt habe, ähm, falls ich jetzt mein VIP, also nicht für immer, das hoffe ich mal nicht, weil ich hatte das schon mal verloren, aber da habe ich es noch nicht aufgenommen. Falls ich mein VIP wiederbekommen sollte und der Wire Pegasus Verlust wird, nehme ich den, weil ich habe schon alles klar gebaut. Oder ich habe schon, ähm, 32 Euro gespart. Ähm, dann, dann hole ich mir das für 43, ähm, Euro, wenn, wenn ich mein VIP immer noch verloren habe und, ähm, kein Wire Pegasus Verlust wird. Dann mache ich das nur ein bisschen. Okay, wir sind rausgeflogen. Ist ja super beim Ambo-Special. Oh Gott. Okay, wir nehmen Elli. Ihr müsst sehen, Elli ist mega gut. Oh, sechs, sieben, acht. Ach, du Heilige. Na, ich glaube mal, das werden wir mit Elli nicht gewöhnen, weil so gut ist die jetzt auch nicht. Guuuuuut. Boah, sind die alle voll schlecht. Ey, na warte, Lola, dich kriege ich noch. Ja gut, Leute, ähm, weil sie hat super Ausdauer beim Springen. Und, ja, die hat halt, Spring hat sie, glaube ich, 19. Wir können gleich nochmal nachgucken. Aber ich denke, bei Spring hat die sogar, ich weiß es, doch, vielleicht hat sie, ich weiß es gerade nicht, vielleicht hat sie bei Spring sogar, also bei Jump hat sie, glaube ich, schon, glaube ich, also 19 oder 20. Weil, ähm, also 19 oder 20 hat sie bei Spring, weil sie springt mega gut, wie ihr seht. Guck, wir können auch von weit weg, wenn sie kriegt hin. Okay, 50 Sekunden. Ähm, wir gucken mal. Ich nehme mich auch mal ein Video, wo ich euch Tipps gebe. Schneller, Elli. Wir haben jetzt schon vier, voll wenig, ne? Nur, wenn ich vier mag, wobei, ja, das wusste ich einfach. Ähm, ich gehe mal mit meinem Handy rein, weil dann sind mehr. Ja, aber auf meinem Handy zocke ich halt nicht. Warte, in welchem Raum sind wir? Okay, Ponyroom 2, dann gehe ich jetzt mit meinem Handy auch da drauf. Ich mache mal kurz, tun leiser. Mein Handy, ich kann gerade nichts machen. Okay, ich bin rausgeflogen auf meinem Handy. Ich laufe hier gerade und gehe rein bei meinem Handy zwischendurch. Okay, jetzt muss ich kurz stehen bleiben, damit ich kurz den Raum wecken kann. Claim. Steak. Oh mein Gott, ich habe 300 Gold bekommen, aber da auch mal. Ähm, Ponyroom 2, Ponyraum 2, Ponyraum 2. Okay, ich glaube, wir müssen hier auch mal den Raum wechseln. Okay, wir gehen mal, ich bin mit meinem Handy in Saramon. Saramon. Nicht gehen Lally Horses. Mal gucken, ob ich warte, ich gucke mal, ob ich auf meinem Handy auch habe. Oh Leute, ich muss jetzt die ganze Zeit Räume wechseln. Jetzt habe ich den Raum, ernsthaft nicht mal. Boah, was ist denn los? Ne, super. Boah, jetzt hänge ich hier die ganze Zeit. Ernsthaft, das gibt zwei Saramons. Ja, lass ein Hallo. Boah, auf meinem Handy habe ich Hallo auch schon gesehen. Okay, wir sind drinnen. Ähm, mein Handy heißt Ava Lieke. Da ist sie. Ähm, ja, sie hat Rosi hier. Also, das ist Rosi bei ihr. Das weiß ich. Also, sie hat das... Ich muss kurz auf meinem Handy spielen. Okay, und dann muss ich jetzt irgendwie machen, dass wir gleichzeitig kommen. Ich zog gerade noch nicht auf mein Handy. Ja, ich muss kurz auf meinem Handy bewegen, wenn ihr es mir nicht glaubt. Ähm, sie gecant hat gerade. Und sie hat kein VIP. Ja, gut. Weil auf meinem Handy hätte ich auch mal VIP. Gut, schnell auf Galopp stellen. Ich weiß, es bringt zwar nichts, aber... Okay, dann müssen wir jetzt irgendwie auf drei beides. Boah, ich kann ja nicht alles gleich... Ähm, alles gleich gucken. Machen wir jetzt einfach mal so. So, mein Handy war schon drinnen. Warte noch mal raus. Zack. 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 Gut. Okay, ähm... Gut, mein Handy steht neben mir. Weil das ist mein Handy. 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 Jetzt ernsthaft, ich hasse das Handy. Okay, mein Handy kann ruhig raus. Ich mach's jetzt erstmal kurz raus. Okay, sie ist weg. Daisy Miracle. Daisy Miracle. Mach's doch jetzt mal. Ich hab jetzt keinen Bock. Die ganze Aufnahme. Daisy Miracle. Geht doch. zwei, eins, wir werden abstauben. Ne, 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 die werden wir nicht mehr aufholen. Außer wenn sie jetzt nochmal einen Fehler macht. Dann. Boah. Oh mein Gott, die hat einen Fehler gemacht. Okay, wir haben die aufgeholt. Leute. Wir holen sie auf. Wir holen sie. Die dachte jetzt bestimmt... Oh, ich hab so gut wie gewonnen. Oder er, weil ich bin ja auch erst. Höp. Oh ja, scheiße. Boah, das war grad null. Na, warte, Daisy Miracle. Ach so, die war ja nicht da, wo ich bin. Daisy Miracle könnte sein letzter werden. Oh mein Gott, wir waren viel besser. Ja, oh mein Gott, wir waren viel besser. Und sie ist zwei Sekunden später. Wir gucken mal Chloe da in den Schuh. Hopp. Charlotte, das schaffst du. Oh mein Gott, sie ist super gesund. Das hätte ich jetzt. Okay, wir gehen jetzt auch mal raus wieder. Und dieses Mal gehen wir nicht mit auf meinem Handy. Wir machen jetzt auch mal Esel rennen. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Eins. Fünf. Vier. Zwei. Zwei. Null. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das werde ich gewinnen. Dieses Mal so unter 47 Sekunden, denke ich mal. Der Start war ja mega. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich stand hinter den anderen Pferden. Das war mega fies, aber aus dem Start bin ich gut rausgekommen. Okay, das ist unser letztes Easy-Rennen. Dann fliegen wir mal so ein bisschen rum. Also es ist nicht richtig unser letztes. Okay, danach werden wir auch mal den Silver Cup machen. Weil ich möchte auch mal so was gewinnen. Ich hab das echt lang. Ich hab gar nichts. Ich hab noch keine Ausrüstung gewonnen. Noch gar keine, wirklich Leute. Noch gar keine. Ihr könnt selber gleich gucken. Wenn hab ich mir nur dieses Haar gekauft. Oh mein Gott, scheiße, wir waren schlechter. Aber es war schon gut. Wenn ich, wenn ich noch ein bisschen Speed gemacht hätte, dann wären wir, glaube ich, unter 47, 46 Sekunden. Wir gucken mal. Oh mein Gott. Fiona kackt das zu. Die ist schon fertig. Oh, guck mal. Oh mein Gott, die ist gerade über alle gesprungen. Oh gut. Jetzt machen wir mal mit einem Noob Pferd. Weil mit einem Noob Pferd, also mit einem halt illegalen Pferd, hab ich auch schon mal gewonnen. Rosi. Oh nee, können wir die? Die hat nur zwei Speed, Leute. Da muss diese also. Moment, wie viele Tickets haben wir? Zwei, okay. Nein, nicht mit ihr. Ich wollte ein Noob Pferd. Ich wollte ein Noob Pferd. Ein Noob Pferd. Oh mein Gott. Aber die ist ja auch gut. Die ist noch schlechter. Moment, wie viel Speed hat denn das andere? Ähm, wie viel Speed hat denn unsere Rosi? Sieben, okay. Okay, dann bist du das wenigste Pferd, das Speed hat. Fünf. Oh mein Gott, ich muss jetzt eben so abscheißen. Das hat so viel Speed. Außer wir kommen gut aus dem Spaß. Okay, das werden wir abscheißen. Wir sind letzter. Also, wenn werden wir Zweiter? Oh mein Gott, die Runde werde ich so abscheißen. Ja, guck mal, wie ich schon abscheiße. Oh mein Gott, ernsthaft jetzt? Oh mein Gott, guck mal, wie lahm ich bin. Voll witzig, ne? Okay, wir werden Zweiter. Oder Dritter? Ja, ne Leute, da hat jemand das gleiche Pferd wie ich. Wir müssen irgendwie schneller... Ne, wir werden Dritter. Oh mein Gott, wenn jetzt uns hier jemand überholt, dann... Wir werden den nicht nochmal überholen. Weil, guck mal, wie lahm wir sind. Boah, hätte ich mal ein besseres Pferd genommen. Na gut, danach werden wir, ähm... Okay. Ja, genau, die ist genauso schlau wie ich. Mia Botner. Boah, die ist eigentlich voll schnell. Okay, das werden wir mit einer Minute und über 10 Sekunden. Oh man, Mia, Botner, du Arsch. Geh doch mal weg, ey. Okay, tschüss. Okay, das haben wir wenigstens hin. Okay, er ist da. Er ist weiter. Oh mein Gott, wir sind einfach mal zweiter geworden. Und haben Geld bekommen. Okay, ähm... Wir nehmen jetzt mal unser bestes, bestes Horst. Da ist sie ja eigentlich gut. Leute, oh mein Gott, aber sie hat voll wenig Speed. Speed. Nee, lass mal kurz auf Training ausprobieren, wie sie läuft. Wie Flapperschall läuft. Das will ich mal wissen. Die läuft nicht. Nee, das Speed ist schlecht. Nee, dann nehmen... Oh, schütze, keine Ahnung. Also, ich wollte... Okay, dann... Ähm, nehmen wir mal Ellie wieder. Oh mein Gott, die Strecke kenne ich nicht. Achso, ja, die. Die kenne ich. Weil das ist die wie beim Easy Racing. Die machen das jetzt gerade alleine. Ich verstehe überhaupt nicht, warum manche nicht... Okay, die kenne ich. Ja, Leute, die kennt jeder, dass ich so strecke. Ja, die kenne ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich werde das mit Sekunden schaffen. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Ne, ähm, ein Pferd, das mache ich dann auch, was jeder 20 hat. Ähm, ich glaube, das wird die, ähm... Das ist meine hübsche Wellenbaudel erstanden. Die von jedem 20 kriegt, weil ich werde jetzt auch sparen mit dem Diaz. Ähm, oh mein Gott, wir sind so schlecht. Gut, gut, gut. Oh nee, ne? Wir haben keinen Versuch mehr. Gut, weil heute habe ich noch keine Angst angemacht. Welcher Platz sind wir damit? Wetten einen schlechter. Ja, ich wusste es. Oh mein Gott, Leute, ähm, ich spare ja jetzt auf 43 vielleicht. Also auf 43, ja, spare ich, ja. Ähm, dann hole ich mir ja das mal. Und da bleibt Geld übrig, ähm, weil ich hole mir ja davon, von den 43, den Wirepapersuss. Dann bleibt ja dann was übrig, ja. Und dann kommt, ist der Wirepapersuss da. Und den werde ich dann hochleveln. Aber echt, den werde ich mega hochleveln. Okay, wird dann ein interessantes Pferd rausgeholt? Nee, ne? Okay, wir haben schon sehr viel. Oh, meine Flutterscheid. Gut. Also Leute, mit meiner Flutterscheid verabschiede ich mich jetzt für dieses Video. Ähm, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Also mir hat es schon gefallen, ja. Und ja, lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und, ähm, ja. Ciao, ciao.